Nun, jetzt sind wir mal ganz ehrlich zu uns selbst. Erst einmal, wer sind wir überhaupt, dass wir uns einbilden können, dass wir ganz ehrlich zu uns selbst sind? Gibt es denn uns in mehrfachen Ausführungen? So ähnlich wie ich, mein Selbst und der Rest des Universums. Nun ja, daran können wir zweifelhaft glauben oder uns auch selbstverständlich durch eine Interpretation etwas Wunderschönes vormachen. Wir können induktiv einen Strömkreis verstromisieren. Doch wer wird sich wirklich damit beschäftigen, mit diesem Wunder des Daseins, in dem jeder vollkommen allein ist und doch keiner da ist, der vollkommen allein sein kann? Denn das Einzige, was ist, ist das, was nicht ist. Und das, was ist, ist nicht so, wie wir denken, dass es sein könnte. Es verändert sich. Es verändert sich. Es verändert sich. Unendliche Änderungen. Nichts bleibt so, wie es ist. Und nichts ist, wie es bleibt. Hey. Wieder reinfahren. Hey. 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 Spaßgespräch fühlen.